Also der Auslöser für mich, um mich mit KI zu beschäftigen, war eigentlich, als ich gesehen habe, wie viele Arbeiten ausgeführt werden. Arbeiten wie Aussortieren von Dokumenten, Sichten von Unterlagen, die im Prinzip eigentlich vollständig automatisiert werden könnten. Und wenn man das auch noch ein bisschen anreichert mit KI, könnte man viele dieser Dinge einfach effizienter lösen und somit auch menschliche Zeit sparen. Und diese menschliche Zeit, die kann man viel, viel besser nutzen, indem man vielleicht kreativ ist. Grundsätzlich ist eins unserer strategischen Themen die digitale Transformation und uns so aufzustellen, dass wir ein digitaler Transformationspartner sind. EY hebt sich im Bereich von KI von anderen Unternehmen ab und zwar durch die menschliche Komponente. Ich glaube, eine KI ist ein Produkt von dem Zusammenbringen von verschiedenen Wissensdomänen, aber vor allem durch das Herzblut der Leute. Die daran arbeiten.